was eine aussicht haben wir gerade eben auf dem planet ja ne ich glaube hier sind wir abgehoben jetzt wollen wir glaube ich zu einem mond dass so viele steine rumfliegen das macht mich kehre das unser schönes quartier reden die roboter einheit antworten nicht die auf dem gehäuse verzeichnete seriennummer hält die buchstaben sam okay haben wir den roboter als rot und war ach hier wohnt party ein streng aussehender älterer mann mit warmen augen guter mann sie hat hier ein paar sachen rumstehen hat sie die hat ja voll viele sachen nicht schlafen der war keine kiste das ist keine petunie petunie die pflanze keine kiste dann lege ich die klamotten dann doch obwohl wir können hier unten verbunden ist das ein bisschen zu und privat würde ich mal sagen transfer klamotten junior klasse ist jetzt nichts besonderes aber wir wissen es ja wenn die klamotten sie auch mal irgendwann auch mal hier die bücher in holz rieger ok crazy schlafen nädlich buches hätte ich gern gelesen wurfball sammeln karten cool gegenüber noch keiner eingezogen sieht aber gut aus hier auch noch keiner eingezogen was sich nicht umbringt gibt es hier ok cool ich bin gespannt wie wir noch alles einladen die küche die ist auch noch voll irgendwie und was haben wir hinten ich die küche das bad klar aber zu machen super da müssen wir jetzt nur noch irgendwie landen irgendwo paratis hat um arbeiten sehr gut sehr gut bezahlen sie nicht aber sie ist halt jetzt sie hat ihre freiheit freiheit hin gut dann landen wir mal auf diesem mond oder lieber das groundbreaker olympus monarch terra 2 hier waren wir phineas labor ich glaube die groundbreaker ist das nicht die danke für willkommen auf der systemkarte bk max ach das war in denen seine waffen jetzt verstehst es was zu dir passt und plasma gewehr und teleskop starb ist schon cooles ding jetzt fest im stockstab haben sieht golden aus cool oder vielleicht auch eine pistole granatwerfer verwahrt ihr halt einfach die krassen waffen ne ich kann max was hat er hier so stürmisch erhöht die bedrohung die impfkarte generiert seine hacken was man jetzt überkommt für uns der akulär das maximale leben denn das würde das erhöht mehr hacken das hätten wir eben brauchen können das stimmt mir hat gar keine äußerung an das ist ja unser hacker quasi ja doch keine punkte sorry annehmen was ist jetzt hier annehmen so danke rüstung haben wir natürlich alles weggepackt oder verschrottet oder verkauft johu dann eben nicht war die doch die rüstung können wir die operieren die ist ganz was ich gucken wollte war tagebuch freie passage das können wir noch machen das ist krass ich kann das immer noch machen ich frage er nach der sam einheit der mann findet ein sicherheitszimmel auf der groundbreaker freie passage sprich mit gladi auf der groundbreaker also wir müssen auf die groundbreaker für beide missionen dann würde ich sagen reden wir vorher mit älter welcome back captain how can i be roboter einheit eine haltung hast du eine minute das ding sieht nicht nach einer reinigungseinheit aus hast du eine minute eine haltung i prefer to think of it as being in a state of slumber perhaps for an indefinite duration of time do you think that is what it's like for the colonists on a lost hope when i simulate myself in such a scenario i do not find it to be desirable i think my self preservation protocols incline me to desire the alternative das ist gut die wäre alle lebenserhaltenden systeme ausschalten traveling the system with you captain traveling the system with you captain do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge a jolt to the system i have felt that i do feel that aww as you may be aware captain alex hawthorne was a smuggler of some repute i failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns i should have predicted that in our travels together alex like to pass time by as he called it tinkering to improve my design if you mean was captain hawthorne my first yes he was how can i be of assistance what part of the colony would you like to discuss we are cleared to dock with the groundbreaker if that's your desired destination yep if we are going there please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid the mardettes take their docking laws quite seriously i can yes let me add that to my list of 1,435,498 tasks i am simultaneously executing in order to run our ship you are more than welcome captain the groundbreaker was halcyon's original colony ship it has since been repurposed as a service station in the lagrange point of the system freighters often deliver or pick up goods from the groundbreaker en route to other destinations the city ship hosts an array of cargo bays, factories, housing sections, and more many of halcyon's companies maintain office spaces with station representatives in what is considered a truly neutral territory within the system i have filed the required docking forms in triplicate and fees have been paid thank you that's quick ok then we can go goodbye nice now I would like to go back to the dialogue maybe a little bit of a Führung we are now we are now we are now really two anhängsels also dialog 5 ok that schleichen schloss knacken warum ist schloss knacken schlechter weil wir so Handschuhe an haben oder was können wir deswegen schlechter schloss knacken wo we are now we are now vordeire Deine Begleiter können dir noch eine Menge über das Töten beibringen, 50% AB von Begleitertötungen. Okay, ich habe mir das glaube ich alles schon mal durchgelesen. Grundrüstungswert, haben wir hier irgendwas was beim Hacken hilft? Ich will jetzt eigentlich keine Punkte für das Gewicht ausgeben, weil wir immer zum Schiff zurück können. Oh, das hier. Jetzt können wir weiter? Jetzt? Dann... Wohl, da könnte man auch der Sam-Einheit gucken. Ich will jetzt schon, ob wir jetzt noch einen dritten Begleiter bekommen, der irgendwie robotisch dann... Hm, das ist der Begriff Sam. Denk dran, du hast bei deinem letzten Job einen ausrangierten Reinigungs- und Wartungsroboter auf dem Schrottplatz in Emerald Vale gefunden. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen aber bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar einen kampffähigen, wie ich sagte, Variante vorstellen. Man könnte quasi von einer höchst effizienten Säuberungsmaschine sprechen. Aha! Säubert also doch. Okay. Entfernung des Werksteils, Seifenreiniger, erfolgreich. Säurereiniger, okay. Projektverzug ist auf drei Monate geschätzt. Ich habe ja sonst nichts wichtiges zu tun. Ohal stimmt ja gar nicht. Ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr. Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird sobald nicht hier eintreffen. Aber es gibt auch coole Neuigkeiten. Ich habe von einem Typen gehört, der einen Mädel kennt, der den Händler kennt, der weiß, wo ich einen Säurereiniger mitgehen lassen kann und der mir für die Info viel zu viel Kohle abgeknüpft hat. Das Teil wurde an eine alte Lager-Einrichtung in Rosevale geschickt. Wer hätte gedacht, dass ich mal in das Drecksloch zurückkehre. Zum Glück ist Auntie Cleo schon seit Jahren da raus. Ich hole es mir nach dem nächsten Neuten, halt im Emerald Vale. Wer es will, dass ich irgendeine wichtige Person bekleide, Details folgen später. Okay. Jetzt haben wir sogar da noch eine Mission. Die Sanitärmaschine. Ja, genau. Das habe ich auf jeden Fall jetzt. Ich will Sam kennenlernen. Moment. 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 Jetzt sagt bloß, wir können noch gar nicht hin. Okay. Certainly, Captain. What would you like to hear? Why are obtuse angles so depressed? Because they are never right. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. I'll be here. Okay, actually, we docken now. Hey Cap, can we talk? Yeah, what's going on? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named June Lay Tennyson. Hmm. I was thinking that maybe I bought a meter. If you got time to swing us by, I mean. I don't have much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borsten Beans, she could teach me all manner of stuff. I ab so surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines. AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. Yeah. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned. Hmm. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Okay. Did you want to talk about something else? Äh... Nö. Du hast gefragt, ob wir... Okay. Links klick. Direkt Schuss. Nice. Wie docken wir denn jetzt an? Äh... Tagebuch. Bitte mal... Bitte mal sagen, was ich jetzt machen soll. Wir haben doch gar nicht angedockt. Ich bin verwirrt. Wir machen zuerst die Mission. Und dann nehmen wir dann den VK mit. Also Max. Just checking your ships manifest. Standard procedure. Welcome to groundbreaker by the by. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Das gehört, die kann gar nichts. Ach, plötzlich haben wir gelandet. Da kann ich weiter. Cool, hallo. Wahrscheinlich ist das alles, was wir hier neben klauen. Das ist auch einer dieser schönen Container. Ich weiß auch nicht, was ich vorher gemacht habe und ob ich... Das ist nicht der Punkt. Das hat wird einfach nur einer meiner Arbeit. Ja, mit einem Tossballstück. Ich hörte dich das erste Mal. Es gab keine Witnesses. Keine Witnesses. Er hat sogar noch nicht genannt. Jackass hat es kommen. Shut es, Felix. Du wirst nicht mehr machen. Du gehst mit mir wieder, du kleine Back Bay Brat. Ich werde dich aus dem Ahrlok. Das ist der Grundbreaker, nicht Byzantium. Du bist hier nicht der Law. Ich bin. Jetzt geht es weiter. Ich habe nicht Zeit für das. Ich muss ein Trink. Hallo, Rowdy. Genau. Hmm. Also, wenn die Chosen beat meine Rangers die letzte Nacht, mein Foreman kommt mit seiner Hügel vollen Beobachtung. Schau, das war ein lange Zeit gekommen. Der Mann denkt, er kann mich aufhören, weil er ein Sky High Foreman, und ich bin nur ein Back Bay's Dockwerker. Ja, ähm, wie wäre es mit uns mitkommen? Ja, das war's. Never being anchored to one place, always chasing some horizon. Hey, I don't want to tuck your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Okay, gleich später. Ach, der Crew, na? Ja, ich habe einen Wegpunkt, aber ich würde mich gerne noch ein bisschen umgucken. Ist ja schön gemacht hier, ne? Wir sind Container. Können wir Sachen klauen? Das ist nicht schön, Pavati. Du. Ein paar Bauteile sind es, ne? Für das Schiff und so. Das ist schön. ok hier können wir irgendwo einpressen den kenne ich hmm tot war lebendig bei wem kriegen wir denn jetzt hier um oh identifizierung die 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 Es ist nicht viel passiert. Das Board weiß, dass wir nicht ernsthaft an ihren Interferien in unseren Operationen nehmen. Wenn ich einen Gelegenheit habe, warum, dann musst du jemanden ausgeschalten. Irgendwann Strom ausgeschaltet. Das ist seit Jahren her. Ich werde nicht lieben. Du bist in der Pfeil. Aber Udam ist ein interessanter Typ. Vielleicht könnt ihr alle kommen, wenn ihr eure Karten richtig spielst. Der Typ. Wanda Dorsett, über in Sick Day. Tellt ihr, dass die Karten noch nicht in. Es kommt noch nicht in. Und wenn sie so geholfen würde, würde ich mich überrascht. Das ist genau so. Nein. Oh, ein Job. Kannst du das? Vielleicht. Die meisten der Schöpfung im System passen durch Groundbreaker. Every paar Monate, wir haben sogar einen großen Interstellar Freighter. Die zwei größte Operationen sind die Board. Das ist Halcyon Holdings und Sublight Salvage. Aber es gibt die Operatoren in der Promenade Deck. Die meisten dieser Job werden dich aus der Station. Oh. Sie haben eine Errein. Sie sind alle geholfen, versuchen wir unsere Wärme zu lösen. Sie finden sie in Engineering. Nein, schade. Ich würde gerne mal schauen, diese alte Frau. Ich glaube, sie sind wirklich wunderschön und wunderschön. In eine gute Weise. Happy zu helfen. Das ist mein Job, nachher alles. Sie hat eine richtig gute Attitüte. Danke, Frau. Es ist schön, zu sein. Ja. See you later. Alright. See you. Bye bye. Welcome, welcome. Security. Ich habe schon eine Marke. Ich bin ein guter Kopfgeldjäger. Aufmerksamkeit. 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 Du willst den Rewarden? Mach das Legwerk. Nice. Du und über sechs andere Enterprising Mavericks. Es ist nur ein Punkt der Zeit, bevor jemand mir McRedd´s Hände bringt. Oder ein glücklicher Lichter, als Proof of Kill. Ich hoffe, du bist der glückliche Hunter, doch. Good luck. Und ich schaue zu dir. Danke. Danke. Easy, easy, peasy. Welcome. Danke. 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 Das ist immer so fucking freezing. Deswegen trinkst du. Ok, hier können wir einfach alles nehmen. Hmm, komisch. Das ist Halcyon News. Die Leute jetzt beobachten hier ist komisch, das würde ich nicht machen. Schön, hier gibt's Betten für Mitarbeiter. Ich bin gleich da. Punch me. Ich bin ein bisschen überfordert. Mein Ziel sagt in die Richtung. Ich glaube, das ist der Kopfgeld, das wir jagen. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin ein bisschen überfordert. Das ist Halcyon News. Wir verabschieden euch für die Folgen. Oh, real scary. Du wirst das für eine Minute? Ich werde einfach in der dritte und versuchen nicht zu touchieren. Okay. Das ist Halcyon News. Wunderbar. Hallo. Ah, ja. Wheeler messaged me you were coming. Ich bin eine Rolle. Ich bin hier, um Phoenix Wells auszuliefern. Äh. Oh, nein. This is terrible. My dear friend, what devilry is this? And whose miserable fever dream am I trapped? Sorry. Oh, Alex. There were so many arguments we had yet to have. He was my dear friend. My only friend. Verarsch der mich? You have his ship. You must know. That picture of us on the promenade. Me hugging him. Him wincing. I keep a copy beside my bed. Was? Du hast sein Schiff. Du musst wissen, was ihm zugestoßen ist. Das Bild von uns an der Promenade, auf dem ich ihn umarme und er zusammen zuckt. Was haben die für eine komische Beziehung? Das Context meng elimden den Autonomien Gästen. Das ist wunderschön. Was inspectiere sich? Oh, das ist so großartig. Wie swallowed er dann auf das quanto schfalls gut gemacht? Aber warum? Wie? Nein, nein. Best nicht zu fragen, nach den Gori-details. Fine. Ich habe den Impound-Order auf deinem Schiff. Aber bevor du gehen, ich habe eine Request. Alex hat mir gesagt, die Location von Phineas Wells gesagt. Ich bin sicher, dass du seine Wander-Posteren auf der Kolonie gesehen hast. Hast du Alex erzählt, wo Wells vielleicht sein könnte? Was überhaupt? Das ist... Das ist... Das ist einfach schreckliche Nachrichten. Oh, was werde ich jetzt tun? Das Bord hat mein Kopf. Oh, ich bin sorry. Das ist sehr unprofessionell von mir. Ist es noch etwas, was ich dir helfen könnte? Könnte ich hier drin einfach alle umbringen und draußen wird es keinem auffallen? Ich weiß es nicht. Okay, also unser Schiff ist wieder uns. Und da hinten ist eine andere Auffrage. Welchen haben wir denn jetzt gerade? Tagebuch. Freie Passage. Sprich mit Gladys auf der Groundbreaker. Lass uns doch mal... Ach ne, stimmt. Das andere holt schon den WK. Ich weiß, dass sie da drin ist, Ampuru. Okay. Ich will kurz zuhören, was sie sagen. Das ist die Hälfte. Wir haben die Hälfte. Wir haben die Hälfte regelmäßig geöffnet. Wir haben die Hälfte regelmäßig geöffnet für die Hälfte. Hallo. just like store bought zuerst handeln wird zuerst zum 10.000 bits wie viel haben wir denn ich weiß gerade gar nicht okay also arbeiten dafür ich finde ich in need of a ship captain with a little moral flexibilität might be this could help out the groundbreaker as well as earn some bits but if you've got qualms do you know edna over in engineering sweet as a pea that one on occasion she'll pass along transmissions i might find interesting she sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreakers comm array curious thing is it came from an outpost called roseway and anti-cleo abandoned that place years ago can't say i know for sure maybe it never really was comm centers don't operate themselves captain someone had to have sent that distress call manually those corpse are cleverer than all get out might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around you've got an ear for intrigue and a nose for bits i like that here's a copy of the ss recording complete with the coordinates if you should find a secret worth selling might be i could find a buyer corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors the more we got the corpse fighting each other the less time they got to medal in our affairs don't forget to come find old gladys when you're done i found a handsome ceramic manipular at a salvage auction last week bonbons jede menge waffen die wir nicht haben dürfen dass ich nicht verstehe weil mir nicht genug freunde sind excuse me bluten handfeuerwaffe schadenstück korrosion ist das gegen roboter scheint so ne cool dann gehen wir mal jetzt zu der frau die hier alles repariert moment great law is it hot in here or is it just my glands acting up again anytime sweetheart you know where to find me die oma so lieb okay das wird uns auch angezeigt weil wir ja das auch immer noch freikaufen könnten der leere mann wer ist da kopfgeld kritische lösung das müssen für den anderen machen der ängste ingenieur für die drei bände dass der andere trinkt für juni tennissen bekannt das ist das was mit max genau dann gehen wir doch erst mal zu ihr scheint ein bisschen weiter hinten im schiff zu sein was spread wurst oh gott da ist ein das gefühl wir sind gleich pavati los juni tennison i'm captain around here but chief to my friends hope you don't mind the formal introduction groundbreaker doesn't see many visitors no it isn't it's a mess but it's my mess so i'll take the compliment just so we understand each other i'm the final word on the ship the martes the crew the engineers their family i hope there won't be any problems while you visit ich helfe sogar jede menge leuten soll ich salutieren nee gut don't go making trouble and chances are you won't find any that's how i like it here so what brings you to groundbreaker i'm curious even though nine times out of ten the answer is just passing through interesting the powers that be paint an ugly picture of monarch critters and such maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job we see a lot of the same faces coming and going most of them board spies and corporate spots makes it hard to trust outsiders we seem different so welcome aboard oh danke danke ähm soll ich jetzt erst mit ihr reden oder sofort pavati what i didn't think you just pavati is it that's a lovely name what can i do for you i was just thinking i haven't got much experience working with actual real spaceships miss junlay chief junlay junlay is fine okay since you run a whole space station i was wondering if well maybe you could teach me some things i could message you later maybe i'd be happy to make the time pavati you can ask me anything wow great i'll do that then messages later oh your your name's pretty too i should have said sorry i like it honest sorry aww couldn't have done it without your moral support captain now if there's nothing else there are other parts of the ship begging for my attention groundbreakers radiators need replacement parts they're dumping superheated air into my ship only the board has access to new parts and i won't let them swindle me into a corner none every time i give in to the board groundbreaker loses its freedom soon there won't be anything left i can't allow that the board isn't helping and my resources are spread thin if i don't get those radiators back online groundbreaker everyone on board will be cooked alive i we'd be grateful for your assistance according to my grandmother's old schematics the parts we need should be in the back bays sorry i forget not everyone knows this ship like i do the back bays are on a lower deck long abandoned and a haven for miscreants now off dem schiff gibt's teile die nicht mehr bewohnt was and that's that's a are there's a böser unten good once you've obtained the parts we can proceed to the next phase of repairs ok Du kennst die Teile bestimmt, du weißt wie die aussehen. Lass mal da hin. Ist das jetzt schon gleich hier Tagebuch? Ist das? Warte, ich muss warten. Aufzug nach unten. Mal gucken, wie das so ab geht unten.